Jo, willkommen zurück, Leute. Ich hab einfach mal die Mission neu gestartet und siehe da, plötzlich Feindkontakt. Ihr könnt euch sicher denken, was das auf sich hat. Was schießt hier von der Seite auf mich, oder was? Scheiß Schlitzis. Wo seid ihr? Oh, Wichsers. Mongole. Wir werden aber jetzt mal die Waffen wechseln und zwar brauche ich jetzt nicht mehr die, sondern ich will die. Dann brauchen wir jetzt bitte die zweite Waffe. Ich muss nämlich sehen, wo unsere Gegner sind. Ah, den hab ich noch erwischt. Scheiße, ja, Wrecker. Sauberer Schuss. Kommt da noch was, oder was? Danke. Sergeant. Wo kommen die her? Warum bin ich gerade hier runtergefallen? Ist das wichtig? Nein, ist es nicht. Hauptsache ich komme hier wieder raus. Oh, ist ja Action pur hier. Ihr hättet natürlich auch so machen können. Idiot bin ich. Sind hier neue Schlitzis. Wo sind denn die? Ah. Hahaha. Killsenfolge. Wir haben alles erledigt hier, oder? Das sahen wir doch letztes Mal auch schon zu. Unsere einzige Chance. Komm, 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 komm. Schwimm in deinem Boot, Junge. Schwimm in dein Bödlein. Komm her. Wo bin ich? So, vom letzten Mal wissen wir noch, dass wir fahren und schießen dürfen. Erstmal hier rumsuchen. Okay, gut. Gut gemacht. Stirb, ihr Hurenficker. Scheiß Chinesen. Ja, ich fahr doch schon. Junge. Da ist die Welkir. Was war das? Na, ist mir auch egal. Hauptsache, die töte ich jetzt. Wer macht sich Feuer bereit? Super Schuss. Ist ja nicht so, dass ich Irish gerade fast in den Kopf geschossen hätte. Südchinesisches Meer Silber. So, rechts kommt noch eins, oder? Anscheinend. Warum auch immer die schneller sind als wir. Wir sind Killer, Mann. Oh, shit. Wir werden sie auseinanderreißen, die Schweine. Ja, egal. Es ist noch lange nicht vorbei. Kein Stress, Motherfuckers. Wir sind schon da. Mehrfach Kills? Gut. Was ist denn das jetzt schon wieder hier? Wir kommen von hinten aus. Ah. Na. Na, komm jetzt. Das Schuss. Oh, es war Zucker, was ich gerade gemacht habe. Ja, wo ist denn der? Was denkt sich Garrison dabei? Schießen wir mal rein. Festhalten! Wuuuuh! Die Fischer haben das Tor geschlossen. Sind alle okay? Was ist das? Komm her. Was die auch angreifen, die Scheiß-Chinesen. Perfekte Schlitzauge, ja. Kein Stress, Boss. Wo ist Garrison? Wir haben seit 10 Minuten nichts von der Brücke gehört. Was ist mit den Leuten bei Garrison? Wem meinst du? Das chinesische Paar. Das Schiff ist doch voll von Chinesen. Scheiße. Wir müssen zur Brücke. Sofort. Kommt schon, Jungs. Sehr gut. Geh vor Ausracker. Ja, wie denn, wenn da keiner... Passt auf. Keine Ahnung, wer freut und wer feint ist. Ja, ich bin Freund. Und ihr seid alle Feind. So machen wir es. So machen wir es. Nur so. Oh, ich werde übrigens auch komplett jetzt am Stück aufnehmen. Ich habe jetzt keinen Bock immer abzubrechen. Ich sage euch einfach nicht Bescheid, wann der nächste Part kommt. Und somit habt ihr Pech gehabt. Weil jetzt ist gerade geil und ich habe keinen Bock aufzuhören. Unwiderstehlich. So, jetzt brauchen wir erstmal Gadgets, meine Kumpanen. Flugabwehr. Und bitte... Ich glaube jetzt nicht, dass wir Panzerabwehr brauchen werden. Wen denn? Will der mich verpinnen? Junge! Mieses Stück Scheiße hier. Wir sind eigentlich immer noch in so einem, naja, Art, Einführungslevels, glaube ich. Naja, wobei, kann gar nicht mehr stimmen. Ist schon laut jetzt hier gerade. Warte mal, eine Sekunde, Kumpel. Nur eine Sekunde, ne? Also hier, Audio. Kann man schon ein bisschen runter. Tut mir leid, aber hier muss sein. Muss schon sein. So, wo geht's denn lang? Von rechts kommen Schüsse. Oh, oh. Ich versteck mich mal hier hinten als Scharfschütze. Das darf ich. Das ist kein Campen, das darf ich. Alter, wollt ihr mich verarschen? Boom! Boom! Super Schuss. Super Schuss. Jetzt schon selber loben. Muss sein. Muss sein. Alles andere wäre schlecht von mir. Boah. Das war schon eng. Jetzt mach ich das auch mal. Oh, da war sogar ein Treffer dabei. Haha. Staff Sergeant. Wenn ich bitten darf Den verpasse ich aber einen Kopftreffer Den aber auch Aber bei denen nicht Den schieße ich durch die Schultern Ja wir sind doch schon unterwegs man Ganz geschmeidig Bleibt ganz geschmeidig Kumpel Naja so viele Probleme hat sie gar nicht Meine Fresse kann nicht kämpfen Wo zum Teufel ist der? Garrison hat ihn verlegt Das hast du zugelassen? Ihm ist egal wer ich bin was hätte ich denn tun sollen Ihn bekämpfen? Ich hab die Verteidigungslinie gehalten Ruf das Kommandodeck und frag Garrison wo er ist Auf dich wird er hören Das Kommandodeck ist abgeschnitten Sieh zu dass du verschwindest Auf geht's Ich sichere Du steckst voller überraschend Was Hannah? Irish ist beeindruckt oder was? Tombstone Natürlich rettet ein Team die Welt Da sind unsere Leute Da sind unsere Leute Nein Fickendreck sauer nahe War das heftig Aber schon geil man muss man schon sagen Hier Ist schon geilo Matiko Schon kein Stress Aber wir werden mal anfangen mit Ich will mal Spaß haben Einfach mal so ein Stinger abfeuern Einfach mal so ein Stinger abfeuern Funktioniert das überhaupt? Ne das war ich nicht Leute Keine Sorge Ja ja kein Stress Wieso die eigentlich alle auf mich zielen Das verstehe ich nicht Ich dürfte mich erst mal verstecken I am Purvisage Ne bin ich nicht Gut Guter Treffer von dem Aber jetzt geht es weiter Oh doch noch nicht Leute weiter 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 Irgendwas ist da gefährliches Was hat er gesagt? Ja Ich helf dir jetzt Okay